Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Borussia Dortmund Trainerklärer und ich nehme dieses Video gerade schon zum zweiten Mal auf, denn ja ich habe das Video ganz normal mit dem Match auch schon vor in etwa einer Stunde aufgenommen und dann wollte ich das Ding ganz normal schneiden und habe dann bemerkt, dass die ganze Zeit mein Mikrofon einfach gemutet war, das heißt ja ich habe nur das Bild und habe die ganze Zeit bei dem Video einfach keinen Sound von meinem Mikrofon, alles was ich gesagt habe, ja ist im Prinzip halt nicht vorhanden, extrem ärgerlich natürlich, aber was soll man da machen, ich habe mir einfach gedacht ich mache das Ganze jetzt so, das Videomaterial, also das Bildmaterial was ich habe, habe ich einfach zusammengeschnitten, habe die wichtigsten Sachen im Prinzip jetzt zu einem 10 Minuten Video hier zusammengeschnitten und ich werde das Ganze jetzt einfach mal kommentieren, was wir da eben gemacht haben und was ich mir eben so gedacht habe, vor allem bei den Transfers ist das denke ich ja kein Problem und auch vom Match habe ich mir einfach die Highlights rausgeschnitten und das werde ich einfach auch nochmal ja, mit euch gemeinsam im Prinzip anschauen und dann eben kommentieren, was da eben passiert ist, was soll ich machen, es geht nicht anders, echt ärgerlich, aber ich dachte mir, ich will diese Folge natürlich trotzdem irgendwie online bringen und ja, deshalb bleibt uns hier eigentlich nichts anderes übrig, außer eben diese Möglichkeit, ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr hier dranbleibt, denn es waren echt ein paar nicer Transfers und so weiter dabei und den Supercup haben wir ja auch gespielt von dem her, ja, machen wir das Ganze jetzt so und ich würde sagen, starten wir direkt rein und zum Start der Folge haben wir hier ein Angebot reinbekommen für Delaney, den wollte ich ja sowieso verkaufen, von dem her hat das gut gepasst, habe ich ihn hier für 30 Millionen verkauft und ja, für Götze haben wir auch nochmal 20 Millionen bekommen, den habe ich ja in der letzten Folge schon verkauft, da konntet ihr ja eben die Vorschläge in die Kommentare schreiben und ja, das war dann der Start der Folge, dann bin ich hier rüber gegangen zum Kalender, denn da gibt es auch hier direkt jetzt die erste Abstimmung, denn da konntet ihr abstimmen bzw. könnt jetzt eben abstimmen, was wir in der nächsten Folge spielen werden, hier links seht ihr das Supercup-Spiel, was wir eben in dieser Folge noch gespielt haben und dann starten wir in der nächsten Folge rein mit der Bundesliga, das Match gegen Augsburg ist ein Heimmatch, das heißt, das werden wir simulieren, ich werde das so machen wie in der Realkarriere, dass wir großteils die Heimmatches simulieren werden, außer halt die Top-Matches und die Auswärtsmatches werden wir halt, ja, hin und wieder halt spielen bzw. ja, jede Folge dann halt ein Match machen und da könnt ihr jetzt eben abstimmen, sollten wir das Match gegen Köln oder gegen Union Berlin in der nächsten Folge spielen, das ist hier die erste Abstimmung und ja, auch die einzige und machen wir direkt weiter, das war eben hier der zweite Punkt, was ich eben dann gemacht habe, dann sehen wir hier, Dalia Fico habe ich mir dann auch geholt, denn in der letzten Folge haben wir ja Guerrero verkauft an Valencia und ja, deshalb brauchen wir einen neuen Linksverteidiger und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns eben Dalia Fico holen werden und ja, das habe ich dann hier gemacht mit einem 83er Rating für, ich glaube, wir werden es gleich sehen und hier seht ihr es dann für 39 Millionen, wurde das Ganze dann von uns akzeptiert, war etwas teurer als erwartet, aber es ging einfach nicht billiger und von dem her haben wir uns ihn dann eben geholt und hier oben seht ihr auch, hatten wir dann nur noch eine Million Transferbudget übrig, das Ganze habe ich allerdings ja nicht wirklich bedacht und bin dann einfach in die, ja, Vertragsverhandlungen reingegangen und ja, dann seht ihr hier oben, hatten wir im Prinzip halt wirklich gar kein Geld mehr übrig, ich habe einfach alles versucht, was nur ging, allerdings ja, war es dann einfach zu wenig und das hat dann leider einfach nicht gereicht und deshalb hat er hier gesagt, er benötigt noch etwas Bedenkzeit, das heißt, wir haben uns ihn dann nicht direkt verpflichtet, aber es hat dann ja später doch noch hingehauen, aber zu dem kommen wir gleich. Dann habe ich hier die zwei Stürmer gezeigt, die ich mir rausgesucht habe, denn ihr habt ja in der letzten Folge ein paar Backup-Stürmer in die Kommentare geschrieben und da habe ich mir dann Isaac und Muni rausgesucht, denn das waren eigentlich die zwei besten, wie ich fande und ja, ich habe dann einfach mal geschaut und beide gingen halt nicht verpflichtend, weil sie eben vielleicht gerade erst gewechselt sind, was auch immer und deshalb blieb uns nur eine Möglichkeit und zwar die Freigabesumme zu bezahlen und dann habe ich einfach mal hier bei beiden die Freigabesumme gecheckt und dann haben wir gesehen, dass Isaac eben hier eine Freigabesumme von 25 Millionen hat und Muni hatte eben eine Freigabesumme von 37 Millionen, ist zwar ein etwas besserer Spiel, glaube ich, vom Rating her, allerdings ja, war das dann für mich doch relativ klar, dass wir uns eben Isaac holen werden, der ja schon mal bei Dortmund war, von dem er realistischer war, ist dann eben auch und ja, deshalb haben wir uns dann eben später noch in der Folge Isaac geholt, weil er einfach eben, ja, billiger war von der Freigabesumme. Dann, kurz darauf kam ein Transferangebot für Akanji rein, den wollte ich ja auch verkaufen, nachdem wir uns in der letzten Folge Sanchez schon geholt haben und ja, 30 Millionen von Everton und da habe ich natürlich auch nicht lange gezögert, habe das Ding einfach dann, ja, schon nochmal verhandelt, aber habe das Ding dann angenommen, weil 30 Millionen nehme ich gerne noch mit und ja, dann kamen auch hier die Nachrichten rein, dass wir eben Götze und Delaney verkauft haben, das heißt, das Geld war dann am Start und dann konnten wir uns endlich Dalia Fico holen, weil ja, wie gesagt, da war einfach vorher nicht das Geld vorhanden und dann habe ich eben hier das Angebot angenommen, 61.000 Gehalt, dann hatten wir hier eben unseren dritten Spieler verpflichtet, nach Isco und Sanchez dann eben auch Dalia Fico als Linksverteidiger und dann hatten wir eben, ja, mehr Geld am Start und daraufhin habe ich dann eben die Freigabesumme bezahlt für Isak, 25 Millionen waren es dann und ja, dann haben wir uns in unserem Backup Stürmer geholt, zurückgeholt zu Dortmund, haben dann auch nochmal verhandelt und ja, dann war auch hier der vierte Transfer abgeschlossen, dann wurde es glaube ich auch schon Zeit für das Match, also für den Supercup und in das sind wir dann direkt mit unserer besten Elf reingestartet, also direkt mit Isco, Sanchez und Dalia Fico in der Startaufstellung und ja, wir haben das Ganze nochmal auf Legendär gespielt, wie auch schon in der letzten Folge, dort haben wir uns ja relativ leicht getan noch, allerdings habe ich, ja, dann folgendes gemerkt nach der letzten Folge und zwar habe ich vor der letzten Folge einmal noch ein Match auf Ultimativ gespielt, um halt einfach mal zu testen, wie schwer es wirklich ist, dort hatte ich keine Chance, dann habe ich ein Spiel auf Ultimativ gespielt mit den mitverstellten Reglern, dort ja, war das auch noch relativ schwer und deshalb habe ich dann gesagt, wir gehen runter auf Legendär, allerdings habe ich dann, als ich auf Legendär runtergestellt habe, nicht die Regler zurückgestellt, das heißt, ich habe mit den leichteren Reglern auf Legendär auch noch gespielt, das heißt, das war wahrscheinlich der Grund, warum es dann in der letzten Folge wirklich so einfach war und wir dann ja, deutlich mit 3 zu 0 eben gewonnen haben und deshalb habe ich natürlich hier für dieses Match dann wieder auf Legendär gespielt, allerdings dieses Mal mit den richtigen Reglern, also mit den, ja, Standardreglern eben und ja, dementsprechend war das Ding ja noch etwas schwerer und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein hier. So und hier sind wir jetzt in der siebten Minute, hier unten sehen wir jetzt Brandt, der hier gerade einen wichtigen Ballgewinn eigentlich macht, aber dann, ja, ein ziemlich blunder Fehlpass hinzukommen, dann die Bayern in den Ball besitzen, dann sehen wir hier Neres von Ajax, den sich Bayern anscheinend gekauft hat, geht hier einfach durch, dann ist das echt nicht gut verteidigt, die kommen hier irgendwie durch und Coutinho da mit dem Abschluss und dem 1 zu 0 für die Bayern leider, ja, war einfach nicht gut verteidigt, zuerst schon der blöde Fehlpass von Brandt und ja, dann war das hier die 1 zu 0 Führung nach gut 10 Minuten hier. So, dann ging es hier natürlich nach dem Treffer direkt los mit einem Anstoß für uns und da haben wir eigentlich, ja, fast perfekt gekontert, hier Hakimi mit einem Pass auf Sancho und der geht hier alleine auf das Tor, neuer kann das Ding aber noch halten, das wäre es natürlich gewesen hier, direkt nach dem Anstoß hier der Ausgleich, wäre natürlich nice gewesen, aber das Ding ging leider nicht rein und dann passierte erstmal eine längere Zeit lang nichts und dann sind wir hier oben in der 25. Minute, Eckball von den Bayern, Bürki hat das Ding und dann werfen wir das Ding hier aus auf Brandt, guter Pass hier auf Reus und dann schicken wir das Ding hier ganz rüber auf die andere Seite hier und der Pass hier auf Sancho, der war echt dauerhaft hier auf der rechten Seite aktiv, also der war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, unser bester Mann dann hier der Schuss und der wird hier leider geblockt und ja, das war dann nicht der Ausgleich und aus dem folgt natürlich direkt der nächste Angriff von den Bayern, die kommen hier wieder über Neres und dann sehen wir hier auch unten Daliafico, der sich hier leider nicht durchsetzen kann, hat aber trotzdem eigentlich ein gutes Spiel gemacht, in dieser Situation war er halt trotzdem nicht so gut dran und dann kommen sie hier über Lewandowski, über Thiago und dann machen wir das hier nicht gut, Gretschen hier ins leere Unterschuss und das 2 zu 0 für die Bayern, war echt wieder nicht gut verteidigt, ganz leicht eigentlich, wir gehen hier einfach in den Zweikampf rein und Gretschen im Prinzip daneben mit Sanchez, hier sehen wir das Ganze nochmal, Sanchez geht hier einfach daneben und Thiago steht dann alleine vor Bürki, macht das Ding natürlich, war schon auch stark gemacht, war echt, ja auch nicht so leicht zu verteidigen, aber kann man es sicher besser machen und dann waren wir hier eben mit 2 zu 0 in Rückstand nach 30 Minuten, von dem Zeitpunkt dann wurden die Bayern eigentlich immer stärker und wir hatten dann am Ende der zweiten Halbzeit eigentlich gar keine Chancen mehr und dann kommen sie hier nochmal, nach 40 Minuten hier, hier über den Flügel, da kommt die Flanke von Thiago und Bürki, fängt den hier nicht, sondern wehrt den hier ganz komisch ab und dann kommt der Ball hier nochmal in die Mitte und Coutinho mit seinem zweiten 3 zu 0 Rückstand nach 40 Minuten. Das war natürlich schon etwas belastend, nachdem wir vor allem in der letzten Folge uns noch so leicht getan haben, da waren natürlich auch die Regler verstellt, wie gesagt, allerdings trotzdem hier plötzlich 3 zu 0 in Rückstand, mit dem hatte ich natürlich nicht gerechnet, Bürki, ja war da natürlich nicht ganz unbeteiligt an dem Treffer, nachdem er den, ja ziemlich blöd abgewehrt hatte, 3 zu 0 Rückstand dann und das war dann natürlich auch der Halbzeitstand, mit dem sind wir dann in die Halbzeit gegangen und ja, dann sehen wir hier nochmal die Statistiken von der ersten Halbzeit, eben wir hatten zwei Chancen und ein paar Angriffe, aber viel war da dann echt nicht am Start und auch nur 35% Ballbesitz, die Bayern hatten im Prinzip alle ihre Chancen gemacht, waren dann auch vor allem am Ende der Halbzeit echt viel stärker und da habe ich mir dann echt schwer getan, das heißt es musste hier eine richtig starke zweite Halbzeit jetzt dann kommen und wir sind hier eigentlich direkt relativ gut reingestartet, direkt nach dem Anstoß hier auf Sancho mal wieder, der mit dem Auslöst hier und Haaland kommt da leider nicht dran, aber das war zumindest mal hier ja relativ guter Start hier in diese Halbzeit rein und hier dann auch nochmal die Flanke, war dann aber leider abseits hier, aber zumindest war das mal echt ein guter Start hier in die Halbzeit rein, ja und dann nach gut 10 Minuten kamen auch hier erstmals wieder die Bayern in, ja Peilbesitz eigentlich, die hatten bisher hier gar keine Chance und dann versuchen sie es hier mal mit einem Angriff, aber dann hier Sancho und Witzel gehen hier richtig gut drauf, holen sich den Ball, da sind wir dann immer besser ins Match reingekommen, auf Reus und dann schicken wir hier Haaland durch, der kommt hier vorbei, setzt sich gegen Süle durch und macht hier den Anschlusstreffer, beziehungsweise zumindest mal das 3 zu 1 und das war dann hier echt ein richtig guter Zeitpunkt, hier nochmal zurück zu kommen, 60. Minute, da haben wir auf jeden Fall dann nochmal gehofft, dass hier noch was geht und wir sind dann immer besser reingekommen, wie gesagt, hier wieder der ganz sichere Ballgewinn durch Hummels und dann schicken wir wieder mit Dalia Fico, schicken wir ja Brand auf den Flügel, 67 Minuten sind hier dann um und dann kommt hier glaube ich die Flanke, jawohl die Flanke war wieder eine gute Möglichkeit, aber ja auch Sancho, die Flanke war dann natürlich nicht die beste Option, aber wir bleiben hier glaube ich noch dran bei dieser Szene, denn da gab es dann direkt glaube ich die nächste Chance, wenn ich mich nicht täusche, jawohl hier Witzel wieder richtig stark, da haben wir dann plötzlich jeden Zweikampf irgendwie gewonnen, aber uns haben halt immer noch 2 Tore gefehlt, dann wieder hier auf Haaland und Haaland mit dem Schustern und neu erwährt das Ding auf dem Pfosten ab, das hätte eigentlich der Anschlusstreffer sein müssen, wirklich richtig stark gespielt, aber leider ja, dann halt nicht der Treffer, und auch wenn wir dann immer mehr Chancen hatten, wurde die Zeit halt trotzdem immer knapper, hier sind wir schon in der 78. Minute, hier mal wieder der Ballgewinn, es war echt eine gute zweite Halbzeit, aber es fehlten halt einfach, ja noch immer 2 Treffer, dann hier vielleicht über Isco, schicken wir wieder Haaland durch, richtig gut gemacht, und dann ziehe ich hier nochmal irgendwie ganz komisch in die Mitte, anstatt dass ich hier einfach durchgehe, keine Ahnung was ich hier gemacht habe, hätte ich einfach durchgehen müssen und dann wäre das hier ziemlich sicher der Anschlusstreffer gewesen, und dann sehen wir hier oben schon, waren wir schon in der 90. Minute, danach ging nichts mehr, nach dieser Chance gerade eben, und dann ja, war das Ding dann eben vorbei, hier sind wir die letzte Möglichkeit, nochmal hier der Pass raus auf Isco, nochmal zurück auf Sancho, der dann mit der Flanke, aber das war dann auch nicht mehr ganz so gefährlich, und dann war das Ding hier vorbei, 3 zu 1 haben wir dann hier dieses Supercup-Finale leider verloren, aber ich muss sagen, auch wenn die erste Halbzeit echt nicht gut war, und wir dort mit 3 zu 0 in Rückstand waren, war die zweite Halbzeit dann echt nochmal richtig stark eigentlich, die erste Halbzeit war dann halt einfach daran schuld, dass wir halt einfach keine Chance mehr hatten hier in der zweiten Halbzeit, weil da waren wir auf jeden Fall besser, Bayern hatte auch in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchanze eigentlich, und ja, hat dann leider nicht gereicht, das war einfach in der ersten Halbzeit halt zu wenig, aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, haben wir dann in der zweiten Halbzeit doch noch ein richtig gutes Spiel gemacht, und das ist dann auf jeden Fall doch nochmal wichtig, auch wenn wir ja verloren haben, ja, aber ist halt dann doch nur der Supercup, von dem ja, ist das halb so schlimm, in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, unser erstes Bundesligaspiel machen, hier könnt ihr hier oben abstimmen, ob wir das Ganze gegen Köln oder gegen Union Berlin machen sollten, und ja, das war es dann auch schon von dieser Folge, wir haben nach diesem Match dann auch nichts mehr gemacht, weil die Folge dort an der Stelle eigentlich eh schon lang genug ging, und ja, deshalb beenden wir auch hier jetzt diese etwas andere Folge, was ich noch gesagt habe, ist eben, dass wir eben in der nächsten Folge auch das Transferfenster wahrscheinlich beenden werden, denn wir haben eigentlich alle Spiele geholt, die wir wollten, und ja, unseren Backup-Torhüter, den werden wir natürlich noch holen, und vielleicht weil Werde, falls das Geld übrig bleibt, aber mehr wird dann auch, denke ich, nicht mehr passieren in der nächsten Folge, das Match werden wir spielen, und das war es dann auch hier von dieser etwas anderen Folge, ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem irgendwie halbwegs unterhalten, ja, war eine etwas andere Folge, aber da kann man nichts machen, dann ist halt, ja, so passiert, dass ich leider das Mikrofon gemutet hatte, ich würde mich natürlich trotzdem immer ein Like oder ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Glocke könnt ihr auch gerne aktivieren, und da sehen wir uns am Mittwoch wieder, bei einer ganz normalen Folge dann, mit dem ersten Bundesligaspiel, und bis dahin, wieder schauen und reingehauen!